Wir haben uns kennengelernt im Borchatz. In Berlin. In Berlin. Ich habe einen Tourauftritt gehabt, es war im Februar, das weiß ich noch. Und dann bin ich ins Borchatz reingegangen mit Wladimir Klitschko, lustigerweise. Weil wir da ganz gut, ja, immer imposant, weil hinter dir sieht ja keiner dich irgendwie. Dann bin ich mit Wladimir reingegangen und dann ist die Schwingtür so mir wieder ins Gesicht geschwungen, dass er mir komplett in die Fresse gegangen ist. Und ich war hinter Wladimir und dann so, bap. Und ich so, oh fuck, irgendwie, mach so und sehe die ganze Hand, alles voller Blut. Dann habe ich eine Platzwunde gehabt und dann lief das Blut da so raus. Und dann ich so, Wladimir, Wladimir, werfen wir das Handtuch oder kann ich noch zwei Runden weitermachen? Oliver, was ist passiert?